Ihre ganz persönliche Geheimakte Dieses Buch kennt Ihre dunklen Geheimnisse. Einzigartig. Genau das ist dieses Buch. Denn es existiert tatsächlich nur ein einziges Mal. Und es wurde alleine für einen einzigen Menschen geschrieben. Für Sie. Erstaunlich. Ihre persönliche Geheimakte kennt Sie tatsächlich besser als Sie sich selbst. Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Schwächen und Stärken. Erkennen Sie den wahren Zweck Ihres Daseins auf dieser Welt. Kommen Sie mit sich selbst ins Reinen. Dieses Buch kommt persönlich auf Sie zu. Wortwörtlich. Schließlich werden Sie im gesamten Text immer wieder direkt mit Ihrem Namen angesprochen. Denn es ist wahr, dieses Geheimwissen ist ausschließlich für Sie alleine bestimmt. Zu dieser aktuellen gebundenen Buchausgabe gehören als Beilage auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigen Download sind im Paketseit sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Schriftverkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehrkehr Vielen Dank.